Hallo, mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Sixen das technische Wettrüsten verliert. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Syntheten des Modells Hibis sofort erkennbar. Machtforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen Menschen-ähnlichen Androiden für Verbraucher offenbar unangenehm ist. Sixens Hibis sind eindeutig erkennbar, sodass Sie stets wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Da können Sie sicher sein. Das ist das Sixen-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Das ist das Wohlbefinden. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Im Gesundheitslichтеhнов. Der Hinzunk in vier Milken drauf. Woman auf ihn. Tom Spannungslauf hết, live aus der Kurve Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Am independient sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Untertitelung des ZDF, 2020 Jemand muss den Fug wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge. Ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire mich zurücklassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ich bin zuverlässig. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.